Boah, alle gehen so voll ab. Oh, hier stehen aber auch ganz schön viele, die sich mein Bild angucken. So, talken wir noch zu dem Journalist. Okay. Wir haben noch nicht mit Principal Wells gesprochen. Ich glaube, unser Bild ist dann der... Wir gucken uns mal unser Bild an. Unser Picture. Oh-oh. Max! Max! Chloe! Hey, are you okay? We lost you there for a second. Uh, your nose. I'm okay. Jet lag. High altitude. Oh, you left the ringer off, idiot. Oh, come on. Please answer. Max, holy shit, man. Your vision. It's... it's true. You saw the tornado. It's coming. What? Oh, no. Chloe, where are you? I'm so fucking scared. I'm... I'm by the beach. I'm stuck in the tornado. Chloe! Can you hear me? Hello? Hello? Oh, my God. The tornado was real. Oh, I didn't fix shit. Chloe will die. Arcadia Bay is gonna be destroyed. There has to be a way to stop this. For good. Look at this print. Sie sieht grad überhaupt nicht gut aus. Nein, sie will doch nicht jetzt in der Zeit zurückreisen. Nein, sie will doch nicht jetzt in der Zeit zurückreisen. Chloe can't die again. I have to save her. Müssen wir durch unser Bild reisen? Ja. Das wird sie nicht überleben, wenn sie das macht. Oh, shit. Oh, my head. What is going on now? It feels like reality is breaking apart. What am I doing to time? I just have to make one simple change. So I won't end up in San Francisco. Simple. Ja, aber dann ist doch alles wieder wie vorher. Sorry, San Francisco. Chloe comes first. Oh, Mädchen. Oh, nein. Warum hätten wir David nicht trotzdem warnen können? Oh, fuck. Gott, nein. Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verpasst. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte in Späne sein, nicht hier. Ja. Es ist wie, wenn du wieder in meine Klasse bist. Du bist noch immer in Späne sein. Du bist noch in Späne sein. Es wäre cool, wenn du eine von deinen Patenten-Selfie fielst. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Anyway. Antwort meine Frage, bitte. Ich werde hier mit meinem Haus... Ich habe dich nicht in Späne aus. Ich bekomme dich nicht auf und weg. Gut Antwort, gut Antwort. Hey. Oh, I had to let Victoria Chase go. You let her? Don't be stupid, okay? She's exactly where she deserves to be. No. Oh, as if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry, I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. He burned my diary. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Ah, what? Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said, something weird. There's that fear. Ausholen und zwischen die Beine treten. Du hast doch einen Fuß frei. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. Oh, God. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson, please, don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please, don't do this. Ciao. Na, super. Das wirst du nicht tun, du. Ja, aber, 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 aber. Nein. Ich kann nichts tun. Ich kann gar nichts tun. Ah. Wir haben ihn trotzdem gewangen. Nein. Nein. Können wir ihn warnen? Oh nein! Was können wir denn sonst tun? Okay. Okay. Was können wir denn sonst noch tun? Okay. 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 Können wir ihn zu früh warnen? Was können wir denn sonst noch tun? Ich dachte, der ist Soldat. Ich dachte, der ist Soldat. Ja, ja, am Arsch. Es war zu früh. Ja, okay. Da kann er sich drauf vorbereiten. Ich verstehe. Wir müssen ihn warnen, wenn Mr. Jefferson da an der Tür steht. Jetzt können wir ihn nicht mehr warnen. Wieso beamt er sich denn zurück? Wie kann denn das sein? Und jetzt? Toll. Was kann ich denn sonst noch machen? Ja. Das ist doch blöd. Max! Rewind and help David! Ja, aber wie? Ich überlege gerade, kann man ihn noch irgendwie anders warnen? Warnen. Ich gehe jetzt nochmal ganz zurück. Obwohl, ne, Moment. Das ist ja unsinnig. Okay. Das bringt so nichts. Es muss doch einen Grund geben, dass wir bis nach da ganz hinten scrollen können. Aha. Aha. Was wäre denn jetzt sinnvoll? Play some music wäre irgendwie unsinnig. Der hört ja trotzdem, dass die Tür geöffnet wird. Lichter wird er nicht ausmachen, das glaube ich nicht. Ein letztes Bild wird er wahrscheinlich fragen, warum wir so komisch sind oder so. Weil wir haben ja die ganze Zeit nicht gewollt, dass er Bilder von uns macht. Warum sollten wir jetzt ein letztes Bild machen wollen? Aber Wasser ist, glaube ich, ganz sinnvoll, oder? Soll ich ihn nach Wasser? Ich frage ihn mal nach Wasser. Ah, Entschuldigung. Aber mein Kopf ist schrackig. Kann ich bitte ein bisschen Wasser haben? Natürlich. Ich will nicht, dass du dich unkomfortabel bist. Jetzt hat er auch noch das Ding zu uns geschoben. Vielleicht können wir das nach ihm treten. Aha. Sehr gut. Gut. Okay, das war zu früh. Hä? Warum denn? Warum? Ah, okay. Ha! No gun, no balls. Jefferson, it's over. You are not going to stop me. Ah, fuck! David Mattson. Of course. No, 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 no. Das wird nicht passieren. Okay, das war nicht klug. Was ist er denn für ein ausgebild... Was ist denn er für ein ausgebildeter Soldat? Oh Gott, ist er bescheuert? Okay, warte. Ich warne ihn. Okay. Das ist auch nicht so klug gewesen. Wow. Okay. Willkommen zur Show. Wie wird David Mattson so oft wie möglich erschossen? Okay. Tja. Ja. Nochmal ins Gesicht. Das ist gut. Oh, fotografieren wir ihn? Nein, nicht schon wieder. Nein, nicht schon wieder. Der Prescott sieht so... ...pathetic jetzt. David? Are you okay? Look at this place. It feels like hell. Jefferson was... ...was gonna kill me. Like he did to Victoria Chase. Oh, no. I always suspected that son of a bitch. I never did. Until too late. You shouldn't have to suspect your teacher. He wasn't a real teacher. He just wanted to lecture. It was part of his sick plans. I wasn't surprised when you accused Nathan of drugging Kate Marsh. I thought so too. And Max, I'll never forgive myself for what happened to Kate. Yeah. I feel like I helped push her off that roof. Kate was bullied up to that roof. But it was still Nathan and Jefferson who put her there. I knew Nathan Prescott was a threat. I just waited too long to neutralize him. Jefferson already did. They had some weird father-son thing going on. But Nathan killed Rachel and Jefferson had to use him as a scape coat. That pervert was pulling all this shit right under my nose too. I could have stopped him and Nathan if only... I wasn't so stupid. No. I told Principal Wells Nathan had a gun and almost used it. But he didn't want to believe me. I should have been more loud. We all make decisions we regret. But I have to admit, I'm impressed by you. And Chloe. And your investigation. And I had all the high-tech toys while you had each other. I'll check you out. And I'm going to know if you're not sure what happened. So, I did say so. I did it.